Ah, ja, okay. Okay. Wo bin ich eigentlich? Ich bin hier. Warte, wo zur Hölle bin ich? Ah, ich bin hier in dem Eck. Ah, okay. Ich muss hier komplett rum. Ja, genau. Dann geht geradeaus. Ah, ja. Oh, Gott sei Dank. Wir haben die auch verschieden markiert. Ey, das wäre ja eine Arschnummer gewesen. Und jetzt wieder zu 18. Okay, das ist schon mal herausfordernder als vorher. Aber gut, dass der da einfach leer rumfährt, fauler Hund. Da bin mir interessiert, ob diese Jobs wirklich so sind. Wenn du die Quote erfüllst, bekommst du 50 jeden mehr. Aber dann wäre ja ein Typ, der über 10 Jahre arbeitet, irgendwann reich. Ey, du bekommst 2 Millionen pro Küste. Du bekommst hier schon 20 Jahre. Komm, wir arbeiten ja, glaube ich, auch 6 Tage die Woche, wenn ich mich nicht täusche. So, hier rum. Dann links rum. Äh, da hinten im Eck, ne? Ja. Super, jetzt wollte ich eigentlich einen Cut machen, aber ich mach's jetzt doch weiter. Ich lasse euch mit mir leiden. Ihr seid solche Säcke. Nein, ich sparte ja eigentlich nicht. Ihr dürft alle mit zuschauen. Und wehe, ihr springt vor. Das werde ich merken. Und dann... Kann ich nichts tun. Ich weiß ja nicht mal, wo wir wohnen. Hahaha. Hahaha. Ich weiß nicht, wo dein Haus wohnen. Oh, kennt ihr Michael Mittermeier? Ey, ich müsste unbedingt mal wieder eine von seinen Shows anschauen. Von seinen alten vor allem. Der war so geil, ey. Ich hab mich teilweise weggeschmissen vor Lachen. Meine erste Show damals, was ich vor ihm gesehen habe, war Zappt. Wo er über seinen Fernsehkonsum, kann man so sagen, gesprochen hat. Was er so alles angeschaut hat mit, äh, wie Star Trek oder sowas. Gib den, gib den. Ah, verdammt. Nerv mich nicht. Und so weiter und über Werbedinger und ach, was weiß ich was. Entschuldigung. Boah. Da musst du dich jetzt gerade gehen. Kann ich dir eigentlich hier alles schaffen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Vor allem, wenn mir da irgendwas passiert, Alter. Klauen sie mir wieder eine Stunde, die Penner. Und seit 2.000, glaube ich, war das paranoid. War auch sehr geil. Nein, rechts rum. Oh, fuck. Wie viel laufen denn hier rum, Alter? Ist hier der Scheiß, hat er auf einen Tür, Mann? Kann ich nur wärmsten Cent fehlen, ey. Aber wie gesagt, hab ich schon länger nichts mehr geschaut. Vor allem dann so Sprüche wie, wenn Eltern ihre Kinder verhätten, na nicht, wenn Eltern immer stolz auf ihr Baby sind oder sonst irgendwas. Es kackt auf den Bogen, es baut einen Tor. Er ist ein Genie, er baut einen Tor. Alter, jetzt fällt's mir erst auf. Schaut euch mal die Schatten an. Alter, der schaut aus wie so ein Hexagon oder irgend sowas. Irgendwie voll komisch. Er ist eigentlich egal, wie ich da hinstelle, ich hab da so viel Platz, Mann. Und dann hat er ja dann doch irgendwann, auch wenn er sich so drüber lustig gemacht hat, hat er ja dann doch ein Kind bekommen. Aber dann hat er halt dann genau das geschildert. Was er halt dann mal vorher immer so kritisiert hat. So in der Richtung, dass halt Eltern immer müde sind. Aber wenn's dich einmal anlächelt, wie alles wieder in Ordnung. Ach ja, so geil. Oh, wen ich auch noch empfehlen kann, wenn er, wenn er, aber dann müsste er dann die englische Version schauen. Gab's ja mal die Übersetzung auf, ähm, Comedy Central. Dave Chappelle. Oh, der war geil. Dave Chappelle, der Hammer. Der hat immer so sketchy gemacht. So Rick James oder sowas, oder, oder wen hat er auch immer gemacht. Der, der, der hat auch immer so, so, so verschiedene Rollen gespielt. Ah ja, über R. Kelly, glaub ich. Er hat so ein Lied gemacht oder sowas, also so geil. Aber wie gesagt, müsst ihr auf Englisch schauen. Die deutsche Übersetzung, äh, die deutsche Comedy Central hat damals, wie sie es angefangen haben, ähm, die haben das Englische genommen mit deutschen Untertiteln. War echt geil. Auch wenn ein bisschen vielleicht der Witz verloren gegangen ist, aber man hat ja mitgekriegt, was abgeht. Und dann haben sie halt den größten Fehler gemacht, was sie bei dieser Sendung machen konnten. Die haben deutsche Synchro draufgekauft. Die Witze waren nicht mehr witzig. Das ist einfach, wow. Das war der größte Bullshit, was die je machen konnten. Ich mochte Comedy Central bis dahin immer echt gut mit South Park und den ganzen anderen Scheiß, was die rausgekauft haben. Aber das war halt der größte Scheißdreck. Ich meine, du kannst bei sowas, vor allem weil der halt auch bei seinen Sketchen so Geräusche gemacht hat, so waka waka. Das geht halt im Deutschen einfach nicht. Und ja, jetzt ist Pause. Ich komme eh nicht mehr hin. Egal. So, mal schauen, ob ich in der Pause irgendwas passiert. Tja, ich führ Mittag. Oh, Mittag esse ihn. Habt ihr jetzt irgendwas für mich, ihr Penner? Oh, Mann! Mann, Mann! Mann, Mann, Mann! Ja, Mann, Mann, Goro. Mann, Mann! Ich bin der Karte. 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 Karte ist noch nicht der Karte. Ich weiß nicht, dass die Mädchen heiraten. Aber ich bin der Karte. Der Karte ist auch so schlecht. Aber ich bin der Karte. Dann bin ich der Karte. Heute geht's dir. Es scheint, als wäre Mai und Goro verlobt. Aber das geilste war ja die Aktion so. Ja, dann werde ich sie heiraten. Ja, aber Goro. Ja, er ist zwar nicht sehr schlau, aber... Ja, aber Goro. Das ist so geil, Alter. Ja, und jetzt muss ich wieder rausfinden, was abgehen, Mann. Ich weiß immer noch nicht, was geht. Überall hocken sie rum. Arschloch. Du bist wieder der Weißhaarige, oder? Ja, klar. Danke. Für nichts. Danke für nichts. Danke für nichts. Danke. Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Das ist ein Reussat. Die Reussat. Die Reussat. Die Reussat. Die Reussat. Alles klar, Brinnenschlange. So, und wir jetzt hier... Ja, aber wo denn? Waren die hier drin? Mir geht es da einfach mal... Darf ich jetzt... Hallo, lass mich da rein. Ja, ich folge dir unauffällig. Oh, hey Leute. Habt ihr ne Pause? Wo schlifft hier die Ausländer rum? Kann ich hier raus? Kann ich nicht. War klar. Okay, wir haben jetzt eigentlich fast alle Möglichkeiten abgegrast, hätte ich jetzt gesagt. Aber ich hab gar nicht gewusst, dass der Goro und die eine, dass die ein Paar sind. Ich dachte ja eigentlich, die zwei sind ähm... Geschwister oder irgend sowas. Ey, erzähl mir was. Ah, du bist... Ja, seid solche Säcke, Alter. Ach, die zwei... Ja, okay, den hab ich auch schon zigmal gefragt. Kann ich da rein? Kann ich. Wo waren eigentlich die Trainingshalte, was der Einnehmer gemeint hat? Zwei Ausländer, die rumschnüffeln. Ne, ich vermute mal, das ist dann irgendeine Story-Sequenz, was ich triggern muss. Ja, aber man weiß halt nie. War der Schiff schon die ganze Zeit da? Ich glaub schon, ne? Naja, der übliche Gang dahinter. Drücken, drücken. Nein, nix. So, werden wir hier rumschauen, was kann man... Warte mal, 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 warte mal. Alter, was hat der für Zähne gehabt, Mann? Voll die vorstehenden Dinge, ey. Also, ein Spiel halt. Ja, ja, bla bla. Friss deine Bento-Box, Junge. Weißt du, sie sagen, ich soll den Wachmann fragen, Alter, dann haben sie keine Zeit. Ihr Penner. Oh, warte, du, grüner Mann. Ja, dachte ich mir schon. Dass er keine Ahnung hat, der Penner. Die Lusche. Es ist hier was drin, komm, jetzt erzähl es doch. Da ist die drin. Sind da die zwei wieder? Ah, okay, das war die. Wahrscheinlich bin ich schon an den Event-Trigger vorbeigelaufen. Oder die kommen dann in der Pause wieder. Äh, nach der Pause. Ich sehe elenden Säcke. Ja, den hatte ich ja schon gefragt. Entschuldigung, was ist das, Rewsatz-Rewsatz-Matt-Angel-Nankan-Oka-Ata-Wakari-Mashita? Hm. Wer könnte nennen, heißt der Tony? Ich hab keine Ahnung, ich hab schon wieder vergessen, wie er heißt. Den einen Typen fragen. Der da immer an seinem Wagen rumgrooved. Kann ich dich noch irgendwas fragen? Scheinbar nicht. Oh, hey, ihr zwei. Danke für nichts. War hier noch was drin? Warte, war das zum Trainieren hier? Nee, das war... Hafenkantine. Ah, super, da krieg ich dann da vor sich hin. Ah, super, da krieg ich dann da vor sich hin. Oh, Hazuki desu. Ah, mou shugoto? Ja, so kass. Toll, danke. Super. Nö, 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 nö. Ah, super. Nee, Osoba. Hab keine Ahnung. Ich muss wieder ein bisschen mehr lernen. Komm, schacht mir, dass die da drin sind. Bitte. Hafenpausenraum. Hier ist niemand. Verdammt nochmal. Ah, Tom hat er gehalten. Tom. Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Aber der Tom, der kann mir jetzt auch nicht helfen, weil eine Minute ist schon rum. Drei, zwei, eins. Ja, ist mir klar. Ja, ist mir klar. Sehr gut, du kannst dich wiederholen. So. Wo haben wir stehen geblieben? Michael Mittermeier. Fand ich ganz geil. Ähm, wow. Wer war noch ganz cool? Ah, ne, ich war bei Dave Chappelle. Dave Chappelle war ich eigentlich auch schon fertig mit erzählen. Gab es noch irgendeinen, wo ich so gefeiert habe? Eigentlich nicht. Die zwei waren eigentlich echt geil. Die eine Kiste steht natürlich wieder hier. Das ist mir klar. Die liefert ja nicht automatisch ab, der Sack. Das Gute ist, ich kriege ja... Alter, erst auf. Ich kriege ja 500 Yen pro Kiste, Alter. Das haut ganz schön rein. Ja, aber kriege ich dann 1000 Yen, weil es zwei Kisten sind? Das ist eine sehr gute Frage. Schwuppdiwupp und Millionär. So. Aber jetzt ist dann... Ich bin gespannt, was jetzt dann wieder passiert. Der Goro ist ja nicht mehr da. Also hier sind jetzt nur noch vier Kisten. Im anderen sind mehr, ne? Kann das sein? Ich meine, eine Kiste ist ja weniger, okay. Weil ich habe ja die vor der Pause abgeliefert und die andere konnte ich nicht mehr abgeliefert. Alter, weg da. Oh nein. Ihr Elendensäcke, geh doch weg. Einfach quer daher. Es sind ja nur so vier Kisten. Ja, da ist genau eine mehr. Vier habe ich beim anderen noch. Hier sind es fünf. Alter, ich könnte es schaffen. Die Frage ist bloß, lässt mich das Spiel das schaffen? Weil jedes Mal, wenn ich denke, ich könnte es schaffen, kneift mich das Spiel in den Arsch. Oder tritt es mich in den Arsch. Ganz einfach. Und dann plötzlich ist es wieder eine ganze Stunde weg. Ich würde was interessieren, ich muss wahrscheinlich abends ein Event triggern. Sonst komme ich nicht weiter. Also es hätte er nicht gesagt, ich kann noch nicht weg. Aber wie und wo? Ah. Seht sehr gut gewesen. Oh, Alter. Ja, komm, verpiss dich, schau mich nicht so blöd an. Schneller, schneller, schneller. Zwei Stunden und vier Kisten hier und drei bei der anderen. Müsste ich schaffen. Müsste ich locker schaffen. Fast locker schaffen. Oh, habt ihr die neue Serie, falls ihr Dragon Ball schaut? Die neue Serie, äh, Serien, ja gut, was heißt neu? Das ist eigentlich eher wie so Kurzfilme, könnte man fast sagen. Dragon Ball Heroes. Scheint ganz geil zu sein. Ich habe neulich die neunte Folge gesehen. Die geht leider bloß neun Minuten. Und scheinbar kommen da alle paar Monate auch bloß ein Trau eins raus oder so. Aber war halt typisch Dragon Ball und saugeil. Wobei es da glaube ich eher fast eigentlich nur ums Fighten geht. Was dann für die wieder gut ist, die wo dann immer rumjammern, weil alles ja mit Filtern zugekleistert ist. Was? Die haben miteinander geredet? Was soll der Scheißdreck? Jetzt müssen wir kämpfen. Ja. Boah, du Pennerl, fahr weiter. Ich wollte bloß schon mal ein bisschen ablassen. Ja man, wir schaffen das. Lowcare. Lowcare schaffen wir das. Ach ja. Achtung, Achtung. Weg da, weg da, weg da. So. Alter, zieh rum. Wahrscheinlich backe ich mich... Wahrscheinlich backe ich mich noch hier rein oder so. So, hier ist es ja jetzt eigentlich nur noch eine, ne? Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir ja eine Menge Zeit. Oh nein! Ihr verarscht mich gerade. Oh. Oh. Das sind diejenigen. Ich möchte etwas sagen. Ich weiß, was du mit dem Kaffee? Was ist das? Was ist das? Ich weiß, was du mit dem Kaffee? Ich weiß es nicht. Hey, warte! Hey, Bob, helf! Ich werde ihn vorlesen. Boah. Geh es einfach, hä? Boah. Nein, nicht versauen. Ich schnapp mir den. Okay. Boah, fuck, Alter, Mann. Ich erwische ihn noch nicht mehr, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wer ist der Boss? Ich bin Terry. Ich bin Terry. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht sagen kann. Ich werde ihn verletzen, bitte. Ich weiß nicht. 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 Wir wissen, was zu tun ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum er das ist. Noch keine Frage. Ich weiß nicht. Danke. Ich weiß nicht, dass ich dich in der Falle beobachten kann. Geh auf. Geh auf, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich mit dem Falle beobachten kann. Wirklich? Ich war bei dem Penner, der wollte mir ja nichts sagen. Oh, cool, es geht einfach weiter. Hazuki? Tschin, Taizin. Wenn der Tag der Rundte kommt, wird der Rundte kommen? Warum ist der Rundte? Ich habe den Matt-Angels mit dem Mal aufgesprungen. Und dann wird der Rundte kommen? Der Rundte kommt nicht mit Rundte. Der Rundte kommt mit dem Rundte. Aber wir haben die Rundte mit dem Rundte. Er ist mit den Schrauben und der Schrauben der Schrauben. Er hat sich an den Schrauben, den Schrauben und die Schrauben zu haben. Sie haben das die Schrauben zu versuchen, die Schrauben zu lassen. Die Terri sind bereits aufgeregt. Die beiden sind die wichtigsten Schöne und die Schöne. Die Däuner sind die Schöne und die Schöne. Die Däuner sind die Schöne mit dem Schöne. Das ist das, was wir jetzt machen. Wenn wir sie nicht verletzen, dann wird die Markt verloren. Das ist das, was ich. Wenn wir uns die Rüte verletzen, dann wird es auch ein Schmerz zu tun. Also, ich weiß, dass ich es nicht verstanden habe. Ich werde nicht mehr zurückkommen. Ich werde nicht so gehen. 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 Aber ich werde nicht so gehen. Ich werde nicht so gehen. Ich habe keine Ahnung. Papa! Ich habe auch einen Mann, der Schügendtaut hat, mit einem Mann, der Schügendtaut hat. Ich bin heute wieder zurückgekehrt. Entschuldigung. Ich werde erst einmal aufbauen. Wenn du, wenn du das Leben verletzt hast, Und jetzt? Gabeln bis der Tag rum ist? Ja scheiße, was muss ich jetzt machen? Muss jemanden namens Terry finden. Okay, also muss ich den noch finden. Tom, hi. Tom war immer gut, ne? Bleib groovy, man. Muss Terry finden. Ja, aber der Longzah will doch mir erzählen, was abgeht. Äh, ne, der Longzah, der Chen. Ich ziehe mich vor, erst zu mir. Wir gehen jetzt einfach mal vor. Wenn wir zurück können, gibt es hier nichts mehr zu tun. Okay, hier gibt es wirklich nichts mehr zu tun. Stark. Ich kann endlich mal wieder zurück und was anderes machen. Ja. Darauf einen speichern. Darauf speichere ich mir eins. Es ist Sonntag, ne? Ah, verdammt. travelling auf dem Kopf. Wir sind glücklich. Und wenn ich die Uhr spiele und wie der Musik. Oh. Vielen Dank.